Am Montag, dem 13. Februar, ist in der Schweriner Speicherstraße auf Höhe der Hausnummer 16 eine Vollsperrung eingerichtet worden. Um die Werder Vorstadt mit Fernwärme zu versorgen, werden durch die Stadtwerke Schwerin Rohre in der Straße verlegt. Noch bis zum 17. Februar um 16 Uhr soll die Sperrung bestehen bleiben. Die Wohngebäude bleiben weiterhin zu Fuß erreichbar. Auch der Einsatz vor Not- und Rettungsdiensten ist jederzeit gewährleistet.